Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat Luftverschmutzung als krebserregend angestuft. Nach der Ankündigung vor einer Woche wurde der offizielle Bericht dazu heute vorgestellt. Allein im Jahr 2010 starben demnach mehr als 220.000 Menschen an Lungenkrebs aufgrund von Luftverschmutzung. Sack ja zum Leben. Sack ja zum Job. Sack ja zur Karriere. Sack ja zur Familie. Sack ja zu einem pervers großen Fernseher. Sack ja zu Waschmaschinen, Autos, CD-Playern und elektrischen Dosenöffnern. Rektor! Sack ja zur Gesundheit, niedrigen Cholesterinspiegel und Zahnzusatzversicherung. Sack ja zur Bausparkasse. Sack ja zur ersten Eigentumswohnung. Sack ja zu den richtigen Freunden. Sack ja zur Freizeitkleidung mit passenden Koffern. Ja zum dreiteiligen Anzug auf Ratenzahlung in hunderten von scheiß Stoffen. Sack ja zu Do-it-yourself und dazu, dass du am Sonntagmorgen nicht mehr reißt, wer du bist. Sack ja dazu, auf deiner Couch zu hocken und dir hirnlehmende Gameshows reinzuziehen und dich dabei mit scheiß Junkfraß vollzustöpfen. Sack ja dazu, am Schluss vor dich hinzuverwesen, dich in einer elenden Bruchbude vollzupissen und dem missratenen Egoratten von Kindern, die du gezeugt hast, damit sie dich ersetzen, nur noch peinlich zu sein. Sack ja zur Zukunft. Sack ja zum Leben. Sack ja zum Leben.